Unter zwölf? Ich bin zwölf, also. Bin ich schon live? Wie lang bin ich schon live? Sehr gut. Oh. Oh. Das war vielleicht ein klitzekleines Bisschen. Oh, okay. Bam, bam, bam. Ah, okay, äh, ja. Story? New Game. Warum steht der Load Game? Ich hab noch nie gespielt. Press any key to start. Okay, hab ich. Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Hab ich. Gucken wir mal. Oh. Moin Waffle. Bam, bam, bam. Alright, Champ. Ich weiß, du bist ein bisschen rustig, aber ich habe nicht Zeit für das, also ich werde dir das nur einmal sagen. und ich habe nicht Zeit für den Sniper gespielt. First off, um einen Sniper zu schießen, du musst ihn holen. Und um einen Sniper zu schießen, du musst zwei Hände. Ach, so schlau war ich auch. Das ist, was ich jetzt spreche. Zum Glück, das kennt man ja schon aus manch anderen Sniper spielen. Okay, das ist nicht schlecht. Aber lass uns sehen, wie du jetzt machst. Au. Scheiße. Da dachte ich mir, dass er das jetzt passt. Ja, das ist nicht laufend. Ja. Das ist nicht. Ja. 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 ä. Ja. 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 So, und Schuss. Zwei Stück noch. Einer noch. Ach, Scheiße. Ja, geht doch. Oh, wie viele Patronen liegen denn da? So, was ist meine nächste Mission jetzt? Ich hab die Musik. Willkommen zu der großen Stadt. Hey, Heidi. Thanks, Jazz. High five? We've got a lot of work to do. The Romanos run everything around. Cubs and politicians are working for them. That's where you come from. You worked under a joke. Oh, ich hab Gänsehaut. Mir ist kalt. Mir ist kalt. Mir ist kalt, ja. So. Kommt der da raus? Das ist mein erster Politiker. Das ist mein erster Politiker. Du, das geht in den Park. Kommt, komm, 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 komm. Ich hab's jetzt mal. Ich hab ihn jetzt mal vor. Ich hab ihn jetzt mal vor, bevor er in die schwarze Mann kommt. Aha. Aha. Da, 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 da. Ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Scheiße. Ich hab daneben geschossen. Ach, scheiße. Ja, Junge. Erste Missionen. Pum, direkt daneben geballert. Direkt daneben. Hallo, Jet. Ja, 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 ja. One shot. Don't miss. Das waren aber zwei Schüsse. Also. Ich frag mal, was es zu essen gibt. Ja, Leute, ich komm. Obwohl, ich mach noch die Mission und dann geh ich eben fragen, okay? Ich bin gleich wieder dran. Ach. Jetzt mach ich mir einfach Nudeln. Sonst nehm ich auch noch Nudeln und giss, dann schmeiß ich ihn nur mal in Pots. Äh. Dude. Ich mach das grad mit beiden Händen, aber sieht man nicht, weil hier einer an die hier ist. Oh, was, Leute, was auch richtig realistisch ist. Wenn ich jetzt schießen drücken würde, dann benutzt es nicht. Meine Fruchu. Das war ein cleaner Schuss. So, ich bin gleich wieder da. Mal muten. Ja. Das ist business, Baby. Hallo? Was? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Take the shot Take the fucking shot Take the shot Take the shot Take the fucking shot Take the fucking shot Take the fucking shot Be careful That's my cousin Tyrone up there I don't know how long you have until you jump But whatever you do, don't kill him Shoot him in the leg or arm Take the shot Take the shot Take the fucking shot Take the fucking shot Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 A big birdie told me that the chief of police is covering up the Romano's tracks all over the city She's out for lunch, go find her She's out for lunch, go find her Don't shoot them, they're not part of the field Don't shoot them, they're not part of the field Das war's für heute. Don't shoot them, they're not part of the kill. Shit! 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 The photos! Ah, come on! Shit! 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 The photos! Ah, the cops too! Don't shoot them! All right, kill them! Let's go! Oh, shit! 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 Oh, shit! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 How does he get around? I spy with my little Iron Man that's about to die. Just don't kill the girl. This one's having way too much fun. We finally got a shot at a Capo. His name is Marco. He runs the Romano's drug operations. Wait. Looks like their new shipment. Looks like their new shipment. One of the city's most notorious lawyers helps the Romano's dodge charges, but we can't take him out directly. You see the container above the street? Shoot the main cable as he's walking by. He's dark-skinned and he's likely wearing a casual dress shirt. You see the și-checaries and he's not even in the background. That's what I was going to do. I mean, he's little as if he's looking at me. I'm just going to sit down in the background. I'll do that right. I'm going to activate it. I'm going to play this game. I'm going to fly away. I mean, I'm going to get around the trash. I'm going to play it. 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 Come to get around. Das war's für heute. Er ist dark-skinned, und er ist einfach mit einem casualen Dress-Shirt. Das war's für heute. Okay, this is it. We got a heads up on one of the Romano's messengers being at this party. That drug op you cut off? It's been kept under the rug for a while, and one of Marco's handlers is about to find out. He'll probably be very angry. You need to take him out. You need to take him out. Listen, I've been noticing that Romano's trying to blend in, now more than ever with word of your fuckery spreading around. I'm 90% sure there's one at the park today. He's probably what you'd least expect. He's probably what you'd least expect. He's probably what you'd expect. Wir werden nicht mehr Zeit haben. Der Mann, der vorhin war, ist vorhin 4.02 Uhr. Wir werden Drift holen, und du musst ihn schnell nehmen. Ich werde nicht mehr stoppen. Du solltest wissen, was sie sehen. Hold tight! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 We've got too much heat on us, you need to keep this one on the down low Shoot only when you hear the thunder to mask the sound of your rifle There are four Omaros scattered on the rooftops They've been on the lookout for days, I don't know what they're hiding But once you take them out, we'll... Fuck ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 There are four Omanos scattered on the rooftops They've been on the lookout for days, I don't know what they're hiding But once you take them out, we'll... Fuck it 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 Vielen Dank.